hier findet die jack und heute zeige ich euch wie man an einem lost place so diesen hdr oder grunge look erzeugen kann also in wirklichkeit war es hier wie der berliner sagt zappen duster ich habe es ein bisschen aufhellen können mit einer lampe die ich dabei hatte und habe da für indirektes licht gesorgt wie dunkel es eigentlich war sieht man letztlich nur an der verschlusszeit die beträgt nämlich 25 sekunden weil das eigentlich so eine kleine treppe ist die nur auf eine zwischenebene führt gibt es gar nicht so viele stufen und deshalb bin ich mit der kamera ziemlich weit nach unten gegangen habe jetzt aber den nachteil dass ich diese unglaublich große verzeichnung habe und diese stürzenden linien die möchte ich jetzt doch ein bisschen gerade ziehen man könnte jetzt sagen ja damit kommt ihr zum ausdruck dass ich von unten nach oben fotografiert habe aber ich persönlich finde es zu doll und möchte es ein bisschen gerade rücken dafür benutze ich jetzt den live filter perspektive und summe mal ein bisschen raus damit ich besser arbeiten kann also hier die stufen sind ja gerade das ist im prinzip auch gerade damit würde ich mich noch zufriedenstellen das ist mir zu extrem also fasse ich einfach hier diese ankerpunkte an und ziehe die mir gerade jetzt hat sich das natürlich entsprechend verschoben also muss ich auf der anderen seite wir das gleiche machen also man kann an dieser methode jetzt natürlich kritisieren dass man damit die pixel dehnt und damit gehörig an schärfe verliert also wenn man sieht wie viel mehr bild man daraus macht kann nicht mehr die gleiche schärfe bei heraus kommen und ich würde es bei einem normalen foto auch niemals tun ich mache es jetzt nur deshalb weil wir sowieso einen unwirklichen effekt drauf liegen der also überhaupt nichts mit der realität zu tun hat aber eben bestimmten look erzeugt und da finde ich es jetzt nicht so schlimm aber trotzdem diese option ob man das überhaupt gerade zieht kann man stark hinterfragen also damit das ganze nicht destruktiv jetzt passiert was ich jetzt machen will würde ich jetzt erstmal ein screenshot machen und dann wirken sich diese veränderung die ich jetzt im hdr look vornehmen werde nur auf dieser ebene aus und wenn mir irgendwas nicht gefällt kann ich die deckkraft reduzieren oder eben das ganze wieder verwerfen also was mache ich was völlig untypisch ist für mich eigentlich ich gehe in die tone mapping persona es öffnet sich eigentlich ein völlig neues programm mit völlig neuem user interface und eigentlich liegt jetzt schon ein effekt augenblicklich drauf es war standardmäßig jetzt auf neutral von diesen presets also diese vorgefertigten effekte aber der hdr effekt liegt jetzt schon drauf ich möchte es hier aber jetzt mal so richtig knallen lassen und deswegen man kann es natürlich probieren erstmal ob man hier zufrieden ist mit den voreinstellungen den finde ich schon ganz gut da kommt mir schon entgegen aber ich möchte jetzt tatsächlich die volle dramatik haben auch um hier zu zeigen was mit dieser persona eigentlich möglich ist und wähle mal diesen dramatic effekt aus wem es bei seinem bild gefällt muss eigentlich gar nichts weiter machen da geht jetzt auf anwenden und hat ein fertiges bild man kann aber natürlich weiterhin einige werte verändern ich würde tatsächlich den lokalen kontrast das ist nicht der normale kontrast der lokale kontrast ist eine extreme ton komprimierung tatsächlich noch mal ein bisschen erhöhen also jetzt kommt wunderbar die ganze struktur hier des putzes zum gelten und es kommt auch dass hier diese farbe so abblättert kommt jetzt wirklich gut zum tragen ganz gefällt mir noch nicht aber da mache ich hinterher was was mir zum beispiel nicht gefällt ist dass wenn man die töne extrem komprimiert komprimiert man damit hat sich auch die farbe also man sieht es hier um an dieser holzleiste dies inzwischen nahezu rot und auch das hier ist mir zu extrem also nehme ich einfach die sättigung ein bisschen runter würde ich mich jetzt für diesen wert entscheiden wobei ich dann noch ich betone noch mal ich werde nachträglich noch was verändern das wird so nicht bleiben obwohl ich eine unglaubliche schärfe jetzt drin ist also eine unrealistische schärfe möchte ich jetzt mal das ganze so richtig übertreiben und so richtig ins hdr oder grunge look gehen und noch mehr die schärfe verstärken so gehe ich einfach auf das entsprechende fenster und sie das ganze noch ein bisschen hoch es ist zwar auch gleichzeitig unglaublich viel kontrast drin aber auch diesen kann ich noch verändern mit den gradations kurven also ich mache wie in der foto persona mache ich meine drei punkte für die unterschiedlichen helligkeitswerte und möchte die hellen töne eigentlich gar nicht so sehr verändern die möchte ich so lassen aber insgesamt ist mir das bild jetzt zu hell es war ja eigentlich eine düstere stimmung die nur durch die langzeitbelichtung im heller wurde also gehe ich jetzt mit den mitten runter und auch mit den dunkleren tönen um den kontrast zu verstärken gehe ich jetzt runter jetzt bin ich eigentlich soweit erstmal zufrieden und damit gehe ich jetzt wieder zurück in die foto persona indem ich auf anwenden gehe ich zeige jetzt mal was wir in der personen mapping persona eigentlich gerade bewerkstelligt haben also eine deutliche veränderung ich würde jetzt aber folgendes machen das geländer hebt sich mir zu wenig von dem putz ab der putz ist ja eigentlich grau das geländer so ein rostbraun ist ja alles rost hier aber auf dem bild sieht es jetzt ziemlich gleich aus insofern darf ich jetzt eine veränderung vornehmen indem ich etwas von dem hdr effekt von diesem unwirklichen effekt raus maskiere und damit den tatsächlichen farbton wieder durchschimmern lasse das mache ich also indem ich eine maske anlegen gehe auf diese maske nehme mir ein pinsel farbe schwarz mit der deck kraft jetzt auch weiche kanten haben mit der deck kraft gehe ich mal auch nicht so hoch ran und maskiere jetzt praktisch von diesem hdr effekt wieder ein bisschen was raus so ich habe jetzt 30 prozent der kraft gewählt das heißt die veränderung ist jetzt nicht so riesig ist immer noch reichlich hdr ich würde jetzt durchaus vielleicht noch mal rüber gehen also im kopf haben jetzt habe ich zweimal 30 prozent nämlich 60 prozent raus maskiert auf diesem geländer wenn ich es mir so ansehe sehe ich immer noch rot ich sehe zu viel rot also nehme ich jetzt meine anpassungsebene hsl fehle den rot ton aus und entsättige jetzt ausschließlich das rot in diesem bild ist jetzt eine geschmackssache wie bei hdr insgesamt eine geschmackssache ist also ich habe jetzt mal mächtig rot rausgenommen hier mit 30 prozent damit wirkt mir aber wiederum das geländer zu homogen mit dem putz also insofern würde ich jetzt das gleiche machen was ich mit dem hdr effekt gemacht habe ich würde jetzt hier die entsättigung auf dem geländer wieder ein bisschen rausnehmen ich gehe mal hier auf 50 prozent jetzt und hole mir jetzt von der farbe ein bisschen was zurück ich hoffe dass man das bei euch am monitor sehen kann ich nehme extra in 4k auf hat man hier einen kleinen aber feinen vorher nachher effekt ich würde jetzt noch mal was an den farben verändern und zwar finde ich dass diese farbe dieses mint grün ja hier eigentlich der knaller ist wir haben jetzt hier relativ farblos das bild gestaltet aber das ist der knaller und jetzt ist eine option bei hdr das so richtig zu übertreiben und diese farbe noch mal zu verstärken da kann ich mir eine neue anpassungsebene hsl nehmen wähle mit der pipette diese farbe aus hat jetzt ein spektrum daraufhin angepasst und sage jetzt ich möchte die sättigung von genau diesen farbtönen erhöhen so kann man natürlich dann wird es auch ganz furchtbar nachher aber so ein bisschen was verträgt schon noch ich würde mal auf diesen wert zu gehen auch hier zeige ich mal vorher nachher ja das mint ist jetzt noch kräftiger jetzt möchte ich das augenmerk tatsächlich hauptsächlich auf diesen putz hier diesen bereich zu legen das ist in dem fall mein hauptmotiv so habe ich mir gedacht und das hier hinten ist zwar so eine randinformation aber eigentlich wurde es ja hier sehr dunkel nur durch meine beleuchtung wurde es überhaupt hell ich habe es nicht geschafft es so auszuleuchten mit der kleinen lampe dass es hier dunkel blieb insofern werde ich das jetzt hier wieder nachdunkeln das mache ich mit einer anpassungsebene belichtung und jetzt ziehe ich mal die belichtung runter dass es schön dunkel wird und achte eigentlich wirklich nur auf diesen bereich und sage mal ja tatsächlich kann zwei volle blendstufen locker runter gehen vielleicht sogar noch ein stück mehr so dann dann invertiere ich diese ebene nehme mir wieder einen schwarzen pinsel der muss ordentlich groß sein 100 prozent deckkraft und male mir jetzt diese dunkle belichtung hier rein halt ich muss wechseln auf weiße farbe und male mir jetzt das hier so rein so das gefällt mir schon besser jetzt würde ich für einen übergang sorgen indem ich mal mit der deckkraft runter gehe in dem fall mal so auf 30 prozent und auch diesen bereich hier ein bisschen dunkler mache und das ganze an der kante man kann übrigens sich noch überlegen ob man das hier wegschneidet bei dem thumbnail habe ich es auch gemacht ich das hier nicht so schön fand aber wenn man es ein bisschen dunkler macht diesen bereich lenkt es auch nicht so ab nur eine option auch hier kann ich mal vorher nachher zeigen wie sich das bild verändert man könnte sicherlich noch ein paar sachen machen also der fantasie sind ja hier keine grenzen gesetzt man kann auch letztlich noch mehr kaputt machen und kritiker werden sagen das bild ist kaputt gemacht aber es ist eben ein bestimmter look den ich hier mal zeigen wollte der ja recht beliebt auch ist ciao bis zum nächsten mal euer Affinity Jack wenn ich mich mal heine book und dann kann ich mich vielleicht auch mal sagen aber es ist ein bisschenFP1 das ist ja nicht so gut wenn ich mich wieder da